Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und meinen Lesemonaten November und Dezember 2023. Ich mag Vollständigkeit und deswegen bekommt ihr die beiden ausstehenden Lesemonate jetzt noch nachgeliefert. Außerdem werden sich vielleicht manche von euch ein bisschen wundern über die Bücher, die ich im November und Dezember gelesen habe, weil das nicht unbedingt meinem normalen Lesegeschmack entspricht oder zumindest nicht dem, was ihr in letzter Zeit so bei mir gesehen habt. Warum das so ist, werde ich euch natürlich auch im Verlauf des Videos erklären, aber ich beginne jetzt erstmal mit einem Hörbuch, das ich im November gelesen habe, und zwar The Woman in Me von Britney Spears. Das ist Britney Spears' Autobiografie, sie erschien 2023 und wurde von sehr vielen Menschen übersetzt, deswegen muss ich das hier an der Stelle leider vorlesen und kann euch das nicht so frei vortragen. Und zwar ist das Werk übersetzt von Carsten Petersen, Karl-Heinz Dürr, Astrid Krawat, Silvia Biker und Anke Wagner-Wolf. Ich kann nur vermuten, warum so viele ÜbersetzerInnen an dem Werk beteiligt waren. Ich denke, die deutsche Übersetzung ist wirklich kurz nach der Veröffentlichung des englischsprachigen Buches herausgekommen und vermutlich hat man dadurch Zeit gespart. Ich habe mich für das Hörbuch entschieden, das übrigens von Jodie Ahlborn eingesprochen wurde, weil ich bereits im Vorfeld gehört und gelesen habe, dass die Sprache in diesem Buch sehr einfach ist und ich höre solche Bücher dann lieber, denn bei geschriebener Sprache habe ich doch tendenziell höhere Ansprüche als bei der gesprochenen und aus dem Grund hat das für mich ganz gut gepasst. Britney Spears erzählt wirklich ihre Lebensgeschichte, es beginnt in ihrer Kindheit, sie erzählt von ihrer Familie, wie sie aufgewachsen ist, wie so die finanzielle Situation war, die Beziehung zu ihren Eltern, aber nachher auch als ihre Schwester geboren wurde, also wie dieses geschwisterliche Verhältnis ausgesehen hat. Natürlich spricht sie davon, dass sie schon seit frühester Kindheit gerne gesungen und getanzt hat, dass das von vornherein klar war für sie, dass sie diesen Beruf einschlagen möchte. Dann geht es um die ersten Erfolge, die ersten Kontakte in die Musikindustrie, wie sie da behandelt wurde, wie sie die ersten Alben produziert hat und dann auch ihren Durchbruch hatte, wie sie vermarktet wurde, alles, was ihr in der Branche widerfahren ist natürlich und was ihr privat passiert ist und da geht es natürlich um die Beziehung zu Justin Timberlake und wie sie geendet ist, sowie weitere Beziehungen und Ehen, auch die Mutterschaft und das, was dann letztlich als der Absturz bekannt ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin 1989 geboren und demnach auch irgendwo mit Britney Spears aufgewachsen und würde sagen, dass ich der Berichterstattung oder dem, was die Presse über sie geschrieben hat, auch blind vertraut habe oder das irgendwie gar nicht hinterfragt habe, mich nie gefragt habe, wie sie die Situation beschreiben würde oder wie sie sich in der Situation fühlt und das erschreckt mich ehrlicherweise auch im Rückblick und aus dem Grund war das Buch für mich auch sehr lehrreich, weil es mir irgendwie den Spiegel vorgehalten hat und mir auch gezeigt hat, wer ich so war Anfang der 2000er. Ich glaube, es ist auch eh so eine Zeit gewesen, die recht frauenfeindlich war, misogyn war, wo das alles ziemlich selbstverständlich war, dass man Frauen als schlechte Mütter bezeichnet hat, wenn sie sich nicht aufopferungsvoll ständig und rund um die Uhr um die Kinder gekümmert haben, wenn sie vielleicht auch mal feiern gewesen sind, dann hatte man direkt Vorurteile oder hat schlecht über diese Frau gedacht und das habe ich überhaupt nicht hinterfragt in dieser Zeit. Und irgendwie habe ich mich fast verpflichtet gefühlt, ihr jetzt endlich mal zuzuhören, endlich mal ihre Version der Dinge wahrzunehmen und anzuerkennen und aus dem Grund fand ich das Buch unheimlich interessant, weil es mir eben so stark auch meine eigene Jugend und meine vorurteilsbehaftete Ansicht ihr gegenüber nochmal präsentiert hat. War ganz interessant für mich, ehrlicherweise, weil ich kannte natürlich auch diese Paparazzi-Fotos, wo sie dann mit rasiertem Schädel irgendwie an der Tankstelle abgefangen und fotografiert wurde und aus ihrer Sicht mal zu hören, warum sie das gemacht hat, wie es ihr in dieser Situation ging, in welcher Lebensphase sie da gerade steckte, was sie kurz bevor dieses Foto entstand, alles durchgemacht hat. Ich hätte das niemals für möglich gehalten und natürlich gab es keine differenzierte Berichterstattung darüber damals. Die Öffentlichkeit hat sich sehr schnell eine Meinung gebildet und ich bin dieser Meinung blind gefolgt. Und das war sehr konfrontativ für mich, das jetzt auch nochmal anders zu betrachten. Ich wünschte, ich könnte irgendwie ein besseres Bild von mir zeichnen aus der damaligen Zeit, aber das war nicht so und deswegen ist das für mich so eine Art Wiedergutmachung, ihr jetzt endlich mal zuzuhören. Und obwohl ich aus ihren Schilderungen und der Art, wie sie ihre Geschichte erzählt, eben auch heraushören konnte, dass sie eine relativ einfache Sicht auf die Welt und die Zusammenhänge um sie herum hat, habe ich eine große Bewunderung empfunden, während ich ihr so zugehört habe, weil sie doch sehr gut beschreiben kann, was sie will, wo ihre Grenzen sind, wo ihr Unrecht getan wurde und sie sehr, sehr klare Wertvorstellungen auch hat in Bezug darauf, wie sie mit anderen Menschen umgehen möchte und wie sie möchte, dass man mit ihr umgeht. Und leider hat sie in ihrem Leben eben viele Menschen kennengelernt, die diese Grenzen nicht respektiert haben. Also ich kann euch die Lektüre empfehlen, das Buch ist auch nicht besonders umfangreich und das wäre auch so der einzige Kritikpunkt. Ich hatte den Eindruck, dass viele dieser Dinge deutlich ausführlicher hätten beschrieben werden können und ich hätte mich auch für noch mehr Details interessiert. Sie geht über einige wichtige Meilensteine in ihrem Leben, aber auch schwierige Situationen doch recht schnell hinweg. Und demnach kann ich mir auch vorstellen, dass Menschen, die sich schon sehr intensiv mit Britney Spears auseinandergesetzt haben, vielleicht Bücher über sie gelesen haben oder Dokumentationen über sie. Da gab es ja auch das eine oder andere, glaube ich, auf Amazon Prime und Netflix, wo insbesondere über die Vormundschaft gesprochen wurde und inwiefern man Britney daraus befreien kann, also wo sich ja auch eine Bewegung gebildet hat, um Britney da irgendwie zu unterstützen. Das ist natürlich auch alles Thema in diesem Buch, auch insbesondere diese konfliktreiche Beziehung zu ihren Eltern, wie sich der Vater ihr gegenüber verhalten hat, insbesondere auch während dieser Vormundschaft, dass das ja auch alles eigentlich rechtlich sehr, sehr fragwürdig war und dass letztlich auch schon dieser ganze Prozess, diese Gerichtsverfahren, die dazu geführt haben, dass der Vater die Vormundschaft bekommen hat, dass darin schon sehr viel Sexismus und Frauenfeindlichkeit liegt. Ich finde, das ist sehr, sehr gut rausgekommen in der Art, wie sie das auch nochmal beschrieben hat. Und für mich ist das auch bis heute noch und nach allem, was ich zusätzlich darüber gelesen, gehört und gesehen habe, unglaublich, dass das überhaupt passieren konnte, was für ein Unrecht man Britney Spears damit angetan hat, wie man wirklich über ihre Rechte als Frau, als Mensch hinweggegangen ist, aufgrund von wirklich fadenscheinigen Argumenten und dass man dann ausgerechnet einer sehr fragwürdigen Person, die eigentlich überhaupt nicht die Anforderungen erfüllt, um diese Vormundschaft auszufüllen, dass man ihr dann Recht gegeben hat. Also das ist unglaubliches Unrecht und das hat mich auch richtig wütend gemacht, während ich dieses Buch gehört habe. Also ja, ich kann es euch empfehlen, wenn ihr euch für die Person Britney Spears interessiert und eben mal ihren Blickwinkel hören möchtet. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, das ist so ein Buch, das auch gerade diejenigen, die sich für Britney Spears interessieren, sowieso wahrscheinlich schon gelesen haben. Und da würde mich unheimlich interessieren, wie ihr diese Autobiografie fandet. Also würde ich mich da über den Austausch mit euch in den Kommentaren sehr freuen. Im November habe ich außerdem noch ein großes Highlight gelesen, nämlich die Möglichkeit von Glück von Anne Rabe. Dieses Buch war ebenfalls für den Deutschen Buchpreis 2023 nominiert, hat es bis auf die Shortlist geschafft. Und ich bin wirklich nach der Lektüre ein bisschen erstaunt und verwundert, dass dieses Buch den Titel am Ende nicht gewonnen hat. Denn für mich war es jetzt nach all den Büchern, die ich für den Deutschen Buchpreis gelesen habe, das, was mich am meisten beeindruckt hat. Wir begleiten in diesem Buch Stine, die noch in der DDR geboren wurde, aber dann im wiedervereinten Deutschland aufwuchs und deren Kindheit eben auch noch stark von den Glaubenssätzen, die in der DDR galten, geprägt wurde. Sie gerät dann als erwachsene Frau in einen Konflikt mit ihrer Familie. Sie hinterfragt das, was ihre Familie für richtig hielt, will vor allem bei der Erziehung ihrer eigenen Tochter Dinge anders angehen. Und sie stellt sich auch vermehrt die Frage, welche Schuld hat die Familie, die eigene Familie, aufgeladen? Also was waren eigentlich die Berufe, die ihre Eltern ausgeübt haben im System der DDR? Aber auch, was hat der Großvater während und nach dem Krieg eigentlich getan? Und sie kontaktiert dafür auch Archive, um einfach Dokumente zu sammeln, um da etwas mehr herauszufinden. Und letztlich ist das keine zusammenhängende oder chronologisch erzählte Geschichte, sondern das sind so einzelne Vignetten oder Reflexionen, einzelne Erinnerungen oder Szenen aus der Kindheit, aus der Jugend und Fakten zur DDR, zur deutsch-deutschen Geschichte. Man spürt hier so einen gewissen Wunsch nach Aufarbeitung und auch Wiedergutmachung, denn sie ist wirklich auch unnachgiebig in Bezug auf ihre Eltern. Die Mutter hat zum Beispiel in der DDR als Erzieherin gearbeitet und es wird nach und nach klar, dass sie dabei auch Methoden angewendet hat, die man heute sicherlich auch unter Missbrauch zählen würde. Und es wird von den Umerziehungsheimen auch gesprochen, in die Kinder gesteckt wurden in der DDR, um sie dann auf eine berufliche Zukunft im System vorzubereiten und was dort dann zum Teil auch an Disziplinierungsmaßnahmen angewendet wurde. Generell geht es auch viel um Gewalt in der Zeit der DDR, aber auch unmittelbar danach. Es ist auch ein Buch, das die Baseballschlägerjahre zum Beispiel sehr klar benennt und beschreibt. Das ist mir auch sofort positiv aufgefallen, weil ich darüber so selten lese. Es geht oft um diesen Ost-West-Konflikt, aber weniger um die konkrete Gewalt, die dort zu beobachten war in dieser Zeit nach der Wende. Und obwohl ich ja selber gar nicht in der DDR groß geworden bin, hatte ich trotzdem das Gefühl, mich hier in diesem Buch sehr gut wiederzufinden. Vielleicht auch hier wieder, weil das Geburtsjahr von Stine nicht weit von meinem eigenen entfernt ist. Hier werden halt auch so Dinge beschrieben wie der erste Amoklauf an einer deutschen Schule in Erfurt und wie das medial aufgenommen und besprochen wurde und wie Stine das damals in ihrem Alter erlebt hat, wie dort an den Schulen darüber gesprochen wurde. Das war so nah an meiner eigenen Erfahrung dran, dass ich da wirklich atemlos gelesen habe und wirklich fast die ganze Zeit am Nicken war, weil ich dachte, ja, genauso habe ich das auch empfunden. Und das fanden wir total absurd als Kinder, das auf Ballerspiele zu schieben oder die Art und Weise, wie das weggeschoben wurde, die Verantwortung, die gesellschaftlich da eigentlich hintersteckt oder eben auch so diese Nachwirkungen von der Wiedervereinigung, dass das da mit reingespielt haben könnte. Das wurde alles gefühlt in der Öffentlichkeit überhaupt nicht besprochen und stattdessen hat man sich so stark auf diesen Aspekt der Videospiele konzentriert, um das irgendwie abzuhandeln und daran nochmal erinnert zu werden beziehungsweise in diesem Buch auch das Gefühl zu haben, dass das, was ich damals empfunden und gedacht habe, wirklich eins zu eins auf diese Seiten gekommen ist. Das fand ich total faszinierend, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Buch versucht, Unrecht zu benennen und aufzuzeigen. Es ist der Gegenversuch zu dieser typischen Haltung, dass man versucht, das wegzuschieben, so zu tun, als wäre man selber nie involviert gewesen, als hätte die eigene Familie damit nichts zu tun. Also, dass alle sich einig darüber sind, dass ganz schreckliche Dinge passiert sind in dieser Zeit und auch im Zweiten Weltkrieg, aber dass die eigene Familie damit auf keinen Fall was zu tun hatte. Das waren alles Rebellen und Widerstandskämpfer, die sich dagegen aufgelehnt haben. Da möchte keiner den Gedanken haben, dass Opa oder Oma in irgendeiner Weise Unterstützer waren oder irgendwelche schrecklichen Dinge getan haben, dass der Opa vielleicht als Soldat in der Sowjetunion Dörfer niedergebrannt hat oder Menschen getötet oder Frauen vergewaltigt hat. Das sind alles so Dinge, die schieben wir alle kollektiv weg und irgendwie waren das immer die anderen. Und man fragt sich, wer sind denn da noch die anderen, wenn wir das alle denken? Und genau hier legt dieses Buch den Finger in die Wunde und versucht klarzumachen, dass uns das alle etwas angeht, dass wir da nicht weggucken können, dass das unsere eigene Geschichte ist, dass das, was da passiert ist, stark verstrickt ist mit unseren Familiengeschichten und dass es durchaus Sinn ergibt, da mal ein paar Fragen zu stellen oder auf Konfrontation zu gehen. Also hier führt das auch zum Bruch mit der Familie. Also Stine hat kein gutes Verhältnis zur Mutter, ganz im Gegenteil. Das liegt natürlich an dieser Konfrontation daran, dass Stine im Endeffekt möchte, dass da Verantwortung übernommen wird, aber da keinerlei Unrechtsbewusstsein auf der anderen Seite ist, immer noch diese Überzeugung, ja, wir haben doch alles richtig gemacht und wir waren sowieso das bessere System und die eigene Schuld eben gar nicht anzuerkennen. Und das macht Stine natürlich wahnsinnig, aber sie übernimmt letztlich dann auch die Verantwortung, das so weit aufzuarbeiten, diese eigene Familiengeschichte und da eben nicht wegzuschauen oder sich das irgendwie schönzureden. Und gespickt sind diese sehr persönlichen Reflexionen und Erinnerungen dann aber auch immer mit zeitgeschichtlichen Fakten, die das Ganze auch nochmal in Kontext setzen oder Statistiken, zum Beispiel, dass die Anzahl an Kindstötungen eine bestimmte Zeit lang einmal doppelt so hoch waren wie in den westlichen Bundesländern und dann sogar für einen bestimmten Zeitraum oder in 2006 viermal so hoch war. Und ja, was da alles mit reinspielt, woran das liegt und so weiter, das bringt sie dann auch nochmal mit in die Geschichte und dadurch ergibt sich tatsächlich eine Art Gesellschaftsbild dieser Zeit, was ich schon vom Rechercheaufwand her großartig finde, aber was genau das ist, was ich eigentlich suchte, als ich mal in irgendeinem Video sagte, ich möchte mich ein bisschen mehr mit der DDR und dem wiedervereinten Deutschland so kurz nach der Wende beschäftigen, weil hier wird einem sehr, sehr viel Persönliches geliefert, was diese Möglichkeit bietet, sich da auch selbst wiederzufinden oder Parallelen zu entdecken, aber auch sehr viel eben hartes Faktenwissen, das einem Kontext dazu liefert und irgendwie verdeutlicht, wie es damals war zu dieser Zeit und was für Probleme die Gesellschaft zu dieser Zeit hatte und wo diese Probleme eventuell herkamen. Und ja, großartig, wie das hier alles zusammenkommt in diesem Buch, es war für mich wirklich ein großes Lesehighlight. Ich habe das sehr, sehr gerne gelesen. Dadurch, dass es so fragmentarisch ist, hatte ich hin und wieder ein bisschen Schwierigkeiten, das zeitlich einzuordnen, denn sie springt. Also mal kommt eine Erinnerung aus der Kindheit vor, dann ist sie in der Jetzt-Zeit und schreibt irgendjemandem aus dem Archiv und möchte Akten über den Großvater sammeln. Dann springt sie in ihre Jugend oder hat irgendwie die Heimatstadt vor Augen, entweder in der jetzigen Zeit oder damals. Und manchmal war es für mich ein bisschen schwierig, jetzt einzuordnen, wo ich mich gerade zeitlich befinde. Das ist aber auch gleichzeitig irgendwie ein Vorteil von diesem Buch, denn es wurde niemals langweilig. Also es war nie so, dass man sich zu lange an einem Zeitpunkt, an einem Ort oder mit einem Thema beschäftigt hat. Man ist immer wieder auch zu anderen Themen gekommen und dadurch war es auch eine sehr abwechslungsreiche Lektüre. Sehr gehaltvoll, dadurch, dass da für mich so viel drinsteckte. Wie gesagt, ich habe mir unfassbar viele Notizen gemacht und ich kann mir gut vorstellen, das Buch erneut zu lesen, um wirklich alle Details da rauszuziehen. Aber für mich ist das ein großes Highlight gewesen aus dem vergangenen Jahr und ein Buch, das ich euch allen nur empfehlen kann. Dann habe ich den sechsten Sammelband der Monstrous Comic Reihe gelesen. Ich werde natürlich nicht besonders viel zum Inhalt sagen, sondern nur das, was euch nicht spoilert, aber euch einen Eindruck davon gibt, inwiefern ich noch zufrieden bin mit der Reihe. Dieser Sammelband endet mit einem enormen Cliffhanger. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mittlerweile Band 7 und Band 8 hier habe, damit ich erfahre, wie es damit weitergeht. Hier passiert am Ende etwas, womit ich gar nicht gerechnet habe, was irgendwie auch positiv ist, weil ich dachte, dass die Reihe mittlerweile eher so ein bisschen vor sich hin plätschert. Mir gefällt der Stil weiterhin sehr gut und hier sind viele wunderschöne Panels und Situationen und Szenen drin. Da kann ich also auch nicht meckern. Es ist auch so, dass die Protagonistin wieder charakterlich einen Sprung macht oder sich weiterentwickelt. Also auch hier kann ich zumindest erkennen, dass sich etwas tut. Ganz allgemein gesagt, habe ich aber zunehmend das Gefühl, dass hier extra keine gravierenden Entscheidungen für die Geschichte getroffen werden. Also ich habe das Gefühl, ja, es gibt dann Kriege, Auseinandersetzungen, spannungsgeladene Situationen. Es ist auch mal so, dass sich die Gruppe trennt. Aber dann kommt sie irgendwie wieder zusammen. Es stirbt auch niemand, der jetzt wirklich ganz relevant ist für die Geschichte. und dann ist der Krieg vorbei und irgendwie hat man immer wieder diesen Status Quo erreicht. Und wenn man dann mal so einen Schritt zurücktritt, dann fragt man sich, ja, sind wir jetzt überhaupt irgendwie einen Schritt weitergekommen oder eigentlich nicht? Und das ist für mich so etwas, das man gerne macht, um eine Serie, eine Geschichte in die Länge zu ziehen, indem man eben so tut, als würde ganz viel passieren. Aber immer dann, wenn man von diesem Detaillevel einmal einen Schritt zurücktritt und sich das übergeordnet anguckt, dann merkt man, dass da eigentlich gar nichts passiert ist, dass es keine gravierenden Fortschritte in der Geschichte gab. Und das nervt mich zunehmend. Dadurch ist der insgesamte Spannungsbogen für die Geschichte für mich nicht mehr vorhanden. Also es gibt dann halt innerhalb der Bände spannende Situationen, wie gesagt, oder einzelne Konflikte, die gelöst werden müssen. Aber auf dem Gesamtplot hat sich eigentlich nichts getan. Und ich weiß nicht, wie ewig man damit noch weitermachen möchte, um ehrlich zu sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass am Anfang der Geschichte irgendwas von dem, was hier in diesem Band passiert, vorgesehen war. Und ich habe demnach zunehmend kein Gefühl mehr dafür, sind wir jetzt in der Mitte der Geschichte, sind wir so kurz vorm Ende. Also dieser Spannungsverlauf, der sich natürlicherweise vom Anfang bis zum Ende einer Geschichte ergibt, den kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich muss jetzt also langsam eine Entscheidung treffen, wie lange ich mir das noch gefallen lasse. Ich habe jetzt den Sammelband 7 und 8 noch hier. Die beiden werde ich auch noch lesen, aber wenn mich die nicht komplett umhauen und versöhnen, dann breche ich die Reihe ab und werde sie vermutlich sogar aussortieren. Ich bin ein Freund davon, wenn von vornherein feststeht, wie viele Issues oder Sammelbände eine Comicreihe haben wird. Ganz einfach, weil die Geschichte genau das hergibt und nicht mehr und nicht weniger. Und dadurch, dass dieses Prinzip hier offensichtlich nicht erfüllt wird oder zumindest empfinde ich es nicht so, wird es meinen Ansprüchen auch nicht mehr gerecht und dann ziehe ich die Konsequenz. An sich hat mich dieser Band noch gut unterhalten, er hat mir auch gut gefallen, aber ich werde zunehmend ungeduldig und fühle mich auch so ein bisschen veräppelt als Leserin, ehrlicherweise. Hier würde mich auch mal interessieren, falls ihr die Reihe auch verfolgt, wie es euch damit geht, habt ihr den gleichen Eindruck und wird das noch besser? Also habt ihr vielleicht auch Sammelband 7 und 8 schon gelesen und könnt mir da etwas berichten? Dann freue ich mich über den Austausch in den Kommentaren. Ansonsten werdet ihr sicherlich im Verlaufe von 2024 meine Entscheidung dazu hören, denn ich werde keinen weiteren Sammelband mehr vorbestellen und damit hat die Reihe jetzt noch zwei Sammelbände Zeit, um mich nochmal von sich zu überzeugen und ansonsten ja. Ist das leider eine dieser Comicreihen, die gut beginnen, aber dann irgendwie stark nachlassen. Und damit kommen wir jetzt zu den Büchern, bei denen ich am Anfang des Videos gesagt habe, ihr werdet euch vielleicht etwas wundern, was ich da lese und ich muss jetzt auch mal schauen, wie ich euch das am besten erkläre. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme in Erklärungsnot, wenn ich das versuche, aber ich bin mittlerweile in so einer Phase, wo ich auch einfach denke, was soll's? Wenn es mir Spaß macht, macht es mir Spaß. Ich werde jetzt nicht anfangen, mich dafür zu schämen oder das für euch zu verheimlichen. Deswegen, ja, ich blende euch mal diese wunderschönen Cover ein, die ich absolut schrecklich finde und ich hoffe, ihr seid an meiner Meinung. Also ich kann mir wirklich keinen Menschen auf diesem Planeten vorstellen, der diese Cover sieht und sich denkt, also dieses Buch möchte ich überlesen. Ich persönlich finde diese Gestaltung wirklich unterirdisch, aber ich kann es nicht ändern, so sehen sie nun mal aus. Und das sind die Bücher einer sehr langen Fantasy-Reihe und die Reihe heißt Black Dagger Brotherhood und es sind, glaube ich, über zehn Teile erschienen im Englischen, vielleicht sogar noch mehr. Und es ist letztlich eine Fantasy-Reihe über Vampire, also Urban Fantasy. Es spielt in unserer Welt, aber dort gibt es eben Vampire und auch Erzfeinde von Vampiren, die ebenfalls eben übernatürliche Wesen sind. Und ich habe die Reihe damals gelesen zur Zeit meiner ersten ernsthaften Beziehung, falls man das in dem Alter überhaupt sagen kann. Also ich würde sagen, ich war da so 16, 17. Und im Deutschen wurden diese englischen Wände nochmal aufgeteilt. Das heißt, ich habe, glaube ich, drei deutsche Bände gelesen. Das wäre also anderthalb englische Bücher. Und ich weiß, dass ich die Reihe damals total mochte. Ich weiß gar nicht, warum ich sie nicht weiter verfolgt habe. Ich glaube, weil mir das damals auch zu teuer war, diese Bücher zu kaufen, weil die Beziehung dann geendet ist und er mich dann nicht mehr mit den Büchern versorgt hat, weil er hatte sie, meine ich, gekauft und mir dann ausgeliehen. Und dann bin ich halt nur bis zum dritten Buch gekommen. Und ich habe mich da letztens daran erinnert, weil ich so Lust hatte auf Vampirgeschichten. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo schon mal so besonders besprochen habe, aber Vampire sind für mich mit die spannendsten, ich weiß gar nicht, mythologischen Wesen kann man vielleicht gar nicht sagen, aber übernatürlichen Wesen. Also, gib mir eine Geschichte mit Vampiren und ich werde sie tendenziell besser finden als jede Geschichte ohne Vampire. Also das ist bei mir relativ klar und einfach und das ist schon seit frühester Kindheit und Jugend so, dass ich von Vampiren fasziniert bin und das hat sich irgendwie auch nie abgenutzt. Und es ist für mich auch fast egal, was das für eine Art von Geschichte ist, also ob das eine sehr brutale Interpretation von Vampiren ist oder eine super kitschig romantische Interpretation von Vampiren. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Darstellungen von deren Fähigkeiten, körperlichen Merkmalen und ähnlichem. Ich mag alle diese Möglichkeiten. Also sei es jetzt die Twilight-Reihe, sei es Vampire Diaries, also so richtig schlechte Jugend-Fantasy mit Vampiren mag ich genauso wie wie Klassiker, wie Interview mit einem Vampir oder Dracula oder Blade oder Underworld. Also ich bin, was Vampire angeht, einfach immer ganz vorne mit dabei und das hat sich für mich ja über all die Jahre hinweg auch überhaupt nicht abgenutzt. Ich liebe alles, was mit Vampiren zu tun hat. Aus dem Grund dürftet ihr auch nicht so besonders überrascht davon sein, dass ich bei Baldur's Gate 3 dann erstmal mich auf Asterion eingeschossen habe. Gebt mir ein Vampir und ich werde ihn lieben. Das ist so, das war schon immer so und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Und aus dem Grund war ich jetzt in letzter Zeit auch mal wieder auf der Suche nach Vampir-Geschichten und habe mich eben an diese Reihe erinnert, die ich in meiner Jugend gelesen habe. Ich habe mir außerdem noch von J. Christoph Empire of the Vampire, da habe ich mir eine Leseprobe runtergeladen, auch hier, einfach weil es um Vampire geht und ich einfach der Meinung bin, das wird mir bestimmt gefallen. Da werde ich euch dann auch nochmal ein bisschen was zu erzählen, ob es dann das Buch über die Leseprobe hinweg geschafft hat, also ob ich es mir danach auch gekauft habe. Aber ja, ich hatte dann so die Idee, ich probiere es einfach nochmal mit dieser Black Dagger Brotherhood-Reihe, in der es um Vampire geht. Und ja, wie gesagt, die Cover lassen vielleicht auch schon so ein bisschen darauf schließen. Es ist auch ein Buch, in dem Erotik eine große Rolle spielt, also das, was man, glaube ich, heutzutage auch auf BookTok immer Spice nennt. Es sind, wenn man es genau nimmt, auch einfach Liebesgeschichten, die in einem Fantasy-Setting spielen, denn es ist auch so konstruiert bei dieser Black Dagger Brotherhood-Reihe, dass in jedem Band man einem Mann folgt, der eben dieser Bruderschaft angehört. Das ist eine Bruderschaft von sehr mächtigen Vampir-Kriegern und jeder dieser Mitglieder hat so seine eigenen Fähigkeiten und Besonderheiten und die sind natürlich alle zu Beginn dieser Reihe Single. Nein, nicht alle, also ein paar sind auch schon verpartnert, aber ich glaube, denen, denen man folgt, die sind erstmal alle ungebunden und lernen dann im Laufe dieses Buches ihre Seelenverwandte kennen und beginnen eine Beziehung mit ihr. Und falls ihr jetzt denkt, oh Gott, Liebesgeschichte mit Sexszenen und Vampire, ich bin raus, dann braucht ihr wahrscheinlich an dieser Stelle auch nicht weiterzuschauen, denn es wird hier jetzt keinen Plottwist mehr geben. Es stellt sich nicht heraus, dass das plötzlich große Literatur ist und ich euch hier irgendwie einen kleinen Edelstein präsentiere, sondern es bleibt, was es ist und trotzdem hatte ich meine schiere Freude daran. Ich glaube, dass da aber auch sehr viel Nostalgie noch mit reinspielt. Also ich habe bei ganz, ganz vielen Szenen, die in diesem Buch stecken, eben auch wieder gespürt, wer ich war, als ich 16, 17 war und das zum ersten Mal gelesen habe. Ich konnte auch direkt so ein bisschen nachempfinden, in was für eine Art Beziehung ich da gesteckt habe in der Zeit und wie ich das alles so aufgenommen habe, was ich da gelesen habe und so ein bisschen Nostalgie war da definitiv dabei. Ich habe es ja mal eine kurze Zeit mit New Adult oder Young Adult Romanen probiert, wo es ja auch vorwiegend um eine Beziehungsdynamik geht, um zwei Menschen, die sich kennenlernen und wo viel Leidenschaft im Spiel ist und eben auch durchaus Sexszenen beschrieben werden. Ich habe aber schnell gemerkt, dass mich das ganz schön langweilt und ich glaube, die einzige Ausnahme, die ich da machen kann, ist tatsächlich, wenn es sich in so einem Fantasy-Rahmen abspielt, weil da für mich eine Ebene reinkommt, die das etwas spannender macht oder aufwertet. Also in dem Fall ist es halt so, dass diese Vampirbruderschaft, diese Krieger dieser Bruderschaft versuchen, ihre eigene Spezies zu schützen. Also es gibt dann normale Vampire, sage ich mal, die unter Menschen leben. Die versuchen eigentlich vorwiegend unerkannt zu bleiben und einfach ihr Leben zu leben. Und die Bruderschaft beschützt sie eben und zwar vor den Erzfeinden der Vampiren. Das sind seelenlose Menschen, die einer Gottheit folgen letztlich. Die gehen durch so ein Initialisierungsritus und verlieren dabei ihre Menschlichkeit, sind also unsterblich und eben darauf trainiert, Vampire zu töten. Also im Endeffekt ist das der ewige Krieg zwischen zwei übernatürlichen Wesen und die Menschen stehen irgendwo dazwischen. Das ist natürlich auch wieder eine sehr, sehr einfache Art so eine Geschichte aufzubauen, weil da wird es natürlich nie ein Ende geben. Also weder die Erzfeinde der Vampire, die hier lässer genannt werden, werden irgendwann komplett aussterben als auch die Vampire. Oder man kann es zumindest auf Ewigkeit so weiterführen und eben 20.000 Bände einer Reihe erzeugen, indem es immer wieder Konfliktsituationen zwischen diesen beiden rivalisierenden übernatürlichen Wesen gibt. Und man lernt natürlich in dem ersten Band dann erstmal mehr über diese Welt und diesen Konflikt zwischen diesen beiden Spezies und was die Vampire jetzt in dem Fall auch besonders macht. Also hier gibt es nochmal so ein paar Aspekte, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sind. Auch für Vampirgeschichten zum Beispiel ist es so, dass die Vampire hier nicht von Menschen Blut trinken, sondern nur von ihrer eigenen Spezies. Denn menschliches Blut ist zu schwach, um die Vampire hier bei Kräften zu halten. Ich finde das sehr ungewöhnlich als Interpretation, aber natürlich muss man sich vielleicht auch mal was Neues einfallen lassen, wenn man die hunderttausendste Geschichte über Vampire schreibt. Ich denke, der Hauptgrund für diese Entscheidung ist der moralische Aspekt, denn in dem Moment, wo die Vampire keine unschuldigen Menschen angreifen, um sich von ihnen zu ernähren, sind sie natürlich auch weniger moralisch fragwürdig. Also es ist, glaube ich, eher eine Entscheidung, um die Sympathie zu steigern. Ich habe eh den Eindruck, dass das auch so eine Reihe ist, die Menschen ansprechen soll, die vielleicht sonst mit Vampiren gar nicht so viel anfangen können, aber gerne Liebesromane lesen, denn es ist so, dass hier alle Klischees erfüllt werden, die sich, glaube ich, Leser dieser Bücher auch irgendwo erwarten und erhoffen. Und ich persönlich habe eine gewisse Abneigung gegen viele Aspekte dieses Genres, die ich auch hier drin wiedersehe. Und für mich ist das der abmildernde Effekt der Fantasy, durch den ich das ertragen kann. Und damit meine ich vor allem so die Darstellung der Liebesbeziehungen, aber auch der einzelnen Figuren. Zum Beispiel ist es so, dass natürlich jeder dieser Männer, die hier beschrieben werden, großartig gebaut ist. Es sind Muskelpakete, darauf wird auch immer wieder hingedeutet, wie muskulös sie doch sind und wie sich da irgendwelche Muskeln abzeichnen durch die Haut und ja, wie gestellt diese Körper sind und wie stark und so weiter. Das wird ständig wiederholt. Genauso wie auch ständig wiederholt wird, dass die Frauen unheimlich weiche, schöne Haut haben, lange Beine, tolle Brüste und so weiter. Lange Haare, lange Wimpern, wunderschöne Menschen einfach. Und das ist auch so was, was ich in dieser Art von Genre ständig immer wieder sehe, dass da ein sehr schmales Schönheitsideal immer wieder reproduziert wird. Und das ist in dieser Reihe ganz genauso. Jetzt könnte man natürlich hier verargumentieren und das meine ich eben mit diesem Fantasy-Aspekt. Also es wird immer wieder darauf hingedeutet, dass die männlichen Vampire vor ihrer Verwandlung oder jedenfalls machen sie im Alter von Mitte 20 eine Verwandlung durch die männlichen Vampire. Sie sind vorher schmächtige Jungen, überaus klein, schlank, gar keine Muskelmasse, oft auch so ein bisschen impotent. Auf jeden Fall werden sie auch von der Frauenwelt komplett ignoriert und dann gehen sie mit Mitte 20 durch den Verwandlungsprozess und ich weiß nicht genau, wie das körperlich ablaufen soll. Ich stelle es mir sehr schmerzhaft vor, aber auf jeden Fall wachen sie dann auf, sind knapp zwei Meter groß, muskelbepackt und das genaue Gegenteil von dem, was sie vorher waren. Und unter dem Aspekt kann man dann sich irgendwie einreden, einreden, dass das nicht so billig ist, wie es tatsächlich ist, weil das dann irgendwie dieser Spezies und der Art und Weise, wie sie funktioniert, geschuldet ist. So, bei einem ganz normalen New Adult oder Young Adult Roman, der in unserer normalen Welt spielt, mit unseren normalen Naturgesetzen und mit uns als Menschen, funktioniert das für mich im Kopf einfach noch schlechter, als es sowieso schon funktioniert. Und genauso ist das in Bezug auf die Beziehung, die sich danach ergibt. Was ich der ganzen Reihe zugutehalten muss, ist, dass es nicht diese toxische Beziehungsdynamik ist, die ja auch oft romantisiert wird in dieser Art von Genre. Also da ist es ja auch oft so, dass die Männer dann wirklich Arschlöcher sind, die Frauen schlecht behandeln und das dann trotzdem irgendwie als total sexy gilt und die Frauen denen komplett verfallen und sich schlecht behandeln lassen und dann in so eine ganz ungesunde Beziehungsdynamik abrutschen. Das ist hier tatsächlich nicht so. Also obwohl diese Bedrohlichkeit da ist, obwohl erstmal alles dafür spricht, dass es in die gleiche Richtung geht, ist es hier tatsächlich so, dass sich ganz oft auch diese Männer unsterblich verlieben und ehrlich verlieben und die Frauen einfach ein bisschen Zeit brauchen, sich mit dieser Situation zu arrangieren und am Ende auch diejenigen sind, die Entscheidungen treffen und am Ende ist es auch tatsächlich, dass es man als romantische Liebe oder als sogar über die Maßen hinweg romantische Liebe bezeichnen würde. Also das ist schon auch wieder so übers Ziel hinaus. Also das ist nicht einfach eine Beziehung, die sich entwickelt, sondern das sind dann wirklich zwei, die füreinander bestimmt sind. Die eine große Liebe, neben der es keine andere geben kann. Es ist dann auch nicht so, dass die Männer sich nur verlieben, sondern sie prägen sich richtig bis an ihr Lebensende auf diese Frau und da kann nie wieder irgendetwas anderes dazwischen. Und all diese Dinge zusammen bedeuten für mich, ohne dieses Fantasy-Setting würde ich diese Reihe nicht lesen. Wahrscheinlich auch nicht, wenn es nur ein Fantasy-Setting wäre, aber ohne Vampire. Also es ist das Fantasy-Setting plus nochmal Vampire, die dieses für mich eigentlich ansonsten uninteressante Genre in dem Fall lesenswert machen. Wobei lesenswert auch schon fast ein bisschen zu weit gegriffen ist. Also es ist dieser klassische Fall von, man liest es und findet es schlecht und gleichzeitig hat man den Spaß seines Lebens und findet es unheimlich unterhaltsam. Also zumindest ging es mir damit so. Ich habe die Bücher in kürzester Zeit gelesen. Ich glaube, dass da dieser Nostalgie-Faktor eine Rolle spielt. Ja, es war einfach sehr unterhaltsam. Es war actionreich, also es gibt ordentliche Gewaltszenen auch, wenn die Kämpfe stattfinden zwischen diesen Vampirkriegern und ihren Erzfeinden. Dann hat man diese romantische Komponente, wo gerade auch so eben zu Beginn dieser Beziehung auch noch viele Konflikte bestehen, wo beide auch noch gar nicht so richtig wissen, was sie voneinander halten sollen und wo vor allem Leidenschaft eine große Rolle spielt. Und dann entwickelt sich diese Beziehung eben nach und nach und am Ende des Buches kommen sie zusammen. Also das ist jetzt auch nicht so, dass es stark abweicht von diesem klassischen Prinzip einer Liebesgeschichte. Und wie gesagt, es ist am Ende auch nicht so, dass man da irgendwelche fragwürdigen Beziehungsdynamiken sieht, sondern es ist am Ende wirklich die große und einzige Liebe. Wie gesagt, das ist schon fast ein bisschen überhöht in der ganzen Tragweite, aber es ist eben nicht dieses, ja, sie ist eigentlich in einer toxischen Beziehung, aber findet das ganz geil, sondern es ist tatsächlich so, dass die beide füreinander bestimmt sind und da irgendwie ihren Seelenverwandten finden. Es ist aber schon so, dass sich das mit der Zeit echt so stark wiederholt, dass es mich dann auch schon nach dem dritten Band wiederum ein bisschen gelangweilt hat. Also ich habe im November und Dezember insgesamt die ersten drei Bände gelesen und das ist auch so, dass J.R. Ward zu Beginn das Ganze als Trilogie vorgesehen hatte. Eigentlich unglaublich, wenn man sich überlegt, dass mittlerweile über 20 Bände erschienen sind, aber sie ist damit so durch die Decke gegangen und alle haben diese Reihe so gefeiert, dass sie wohl einfach nicht mehr aufhören konnte. Im ersten Band haben wir die Liebesgeschichte von Wrath, dem Vampir, König und Beth. Im zweiten Teil die Liebesgeschichte von Rage und Mary und im dritten Teil die Liebesgeschichte von Sadist und Bella. Auch das wieder, die Namen der Vampirmänner, das ist wirklich so, ja, Cringe ist wahrscheinlich wirklich das richtige Wort, also die heißen halt Rage, Terror, Wrath, Torment. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht verteidigen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber ja, so ist es nun mal. Also hier sind sehr, sehr viele Klischees erfüllt und trotzdem hat es mich wirklich gut unterhalten. Ich habe mir jetzt tatsächlich noch den vierten Band runtergeladen, also ich lese die auch als englische E-Books, ich brauche die nicht im Regal stehen haben, das wird jetzt auch das letzte Mal sein, dass ich die lese. Aber ich habe mir den vierten Band jetzt doch noch runtergeladen, obwohl ich erst dachte, ich lese wirklich nur diese initiale Trilogie, weil das waren jetzt auch wirklich die Bände, mit denen ich diesen Nostalgie-Faktor verbinde. Aber im vierten Band geht es noch um Figuren, die ich auch schon kenne. Ich glaube, danach werden neue Figuren eingeführt und da brauche ich jetzt ehrlicherweise nicht mehr weitermachen, aber es gibt noch so eine offene Liebesbeziehung, die auch schon, glaube ich, im ersten oder zweiten Band beginnt, die aber bisher noch keine Auflösung gefunden hat und die wird jetzt im vierten Teil aufgelöst und das möchte ich ganz gerne noch lesen und danach höre ich, glaube ich, auch wieder auf mit der Reihe, dann hat sich das. Ich muss sagen, es gab doch noch, also ich wusste noch sehr, sehr vieles aus dieser Reihe, was ich erstaunlich finde. Das ist 20 Jahre her, dass ich die Bücher gelesen habe und es gab ungelogen Szenen, die ich gelesen habe und ich hatte exakt die gleiche Emotion wie damals. Mir sind sofort Tränen reingeschossen, also ich muss auch sagen, dass J.R. Warty wirklich großartig schreibt. Also wenn man in irgendeiner Weise Lust hat auf Stereotype Liebesgeschichten, dann wird man das wahrscheinlich auch gerne lesen. Ich habe das zumindest auch in den Rezensionen immer wieder gehört, dass da auch Leute, die überhaupt kein Fantasy lesen, die gar nichts mit Vampiren anfangen können, einfach diese Reihe total feiern, weil diese Bücher offensichtlich genau das liefern, was dieses Genre liefern soll. Wie gesagt, ich komme eher aus diesem Fantasy-Vampir-Aspekt auf diese Bücher und kann dadurch irgendwo akzeptieren, dass es hier in erster Linie um Liebesromane geht, aber es scheint eben auch von anderen Richtungen her zu funktionieren und ja, ich würde sagen, J.R. Warty schreibt gut. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich meine, diese Bücher sind alle so aus den Anfängen der 2000er und ich finde, man spürt die Zeit so ein bisschen raus. Das ist so ähnlich wie das, was ich über die Autobiografie von Britney Spears gesagt habe. Das war so eine Zeit, wo das Frauenbild einfach noch anders war. Das hatte ich komplett verinnerlicht. Ich glaube auch nicht, dass mir das damals aufgefallen ist, aber mir ist es heutzutage schon ein Dorn im Auge, wie hier eben Männlichkeit und Weiblichkeit dargestellt wird in diesen Büchern. Das ist wirklich sehr, sehr klischeehaft. Da gibt es auch keine Möglichkeit, davon mal abzuweichen. Da gibt es jetzt nicht mal eine Figur, die da irgendwie so ein bisschen aus der Reihe schlägt und insbesondere eine Sache hat mich unheimlich genervt im dritten Teil. Da begleiten wir eben Sadist und das ist auf jeden Fall der Liebling der Reihe. Das ist ja der Bruder, der schon in dem ersten Teil so eingeführt wird als derjenige, der irgendwie besonders brutal ist, fast schon wahnsinnig, dem man überhaupt nicht über den Weg trauen kann. Der hat auch so ein komplett vernarbtes Gesicht und offenbar viel durchgemacht und so und allen wird immer geraten, sich von ihm fernzuhalten, weil man kann ihm nicht trauen, bla bla bla. Und man spürt ziemlich schnell, dass da mehr dahinter steckt, dass das vielleicht auch nur eine Fassade ist. Ich habe auch Interviews von der Autorin gesehen, wo sie halt auch sagte, das ist meine Lieblingsfigur und da habe ich ganz, ganz viel mehr Arbeit reingesteckt als in alle anderen und ich finde, das merkt man alleine in der Art, wie er eingeführt wird und immer wieder Teil der Geschichte ist, selbst wenn es gerade nicht um ihn geht und ja, er bekommt eben seinen Auftritt im dritten Band und findet dort seine große Liebe und bei dem ist es so, dass er eben anders beschrieben wird von seiner Körperlichkeit, also er ist jemand, der auch eine Essstörung hat und ausgemergelt wirkt, eben gar nicht so dieses Muskelpaket, also schon muskulös, aber eben muskulös in einem ausgemergelten Körper, wenn man das so sagen kann und ja, da ist es dann Teil dieser ganzen Heilung und auch dem Finden der großen Liebe, dass er dann irgendwie wieder vernünftig ist und dann genauso aussieht wie alle anderen und das ist für mich irgendwie so, ja auch schade, dass selbst alles, was mal anders beginnt und so ein bisschen ausbricht aus diesem klassischen Männlichkeits- oder Weiblichkeitsbild am Ende wieder genau in diese Box hineingepresst wird und ich muss sagen, das nervt mich jetzt schon ziemlich, alleine schon nach Band Nummer 3 und ich könnte mir nicht vorstellen, am Ende über 20 dieser Bände zu lesen, die alle gleich gestrickt sind, also es hat sich jetzt schon wieder abgenutzt, auch dieser Unterhaltungsfaktor, den ich daran so genossen habe und aus dem Grund werdet ihr die Reihe jetzt nicht auf ewig hier sehen, sondern das sind jetzt die drei Bände, die habe ich jetzt auch einfach in einem Rutsch direkt besprochen, ich werde sowieso nicht inhaltlich auf die einzelnen Bände eingehen, um euch da nicht zu spoilern, aber man kann eben auch relativ allgemein über die Reihe sprechen, falls ihr jetzt so gar keine Ahnung hattet, worum es da geht, ihr werdet dann, wie gesagt, den vierten Band nochmal in irgendeinem Lesemonat sehen, ich habe den jetzt auch im Januar nicht gelesen, ich kann mir eher vorstellen, dass das was für den Februar, März ist und dann werde ich an der Stelle das Ganze auch abbrechen und ich hatte jetzt auch kein Interesse, die anderen Reihen von J.R. Ward zu lesen, sie hat ja auch dann tatsächlich nicht Fantasy, Liebesromane, wahrscheinlich in einem ähnlichen Stil geschrieben, das, wie gesagt, wäre gar nichts für mich, aber auch insbesondere im dritten Teil habe ich gemerkt, dass dieser Fantasy-Aspekt um diese Liebesgeschichte herum immer dünner wurde, also im dritten Band hatte ich den einen, war es 80% Liebesgeschichte und 20% Fantasy-Vampir-Roman mit Action und allem Möglichen und einem übergeordneten Plot, während das im ersten Band, würde ich sagen, noch so 50-50 war und ja, ich lese das nicht wegen der Liebesgeschichte, deswegen wurde es mir im dritten Band jetzt auch ein bisschen zu viel und ich bin gespannt, wie sich der vierte entwickelt, weil wenn sie immer mehr diesen Fantasy-Aspekt rausnimmt, dann ist es für mich auch aus dem Grund nicht so geeignet und ganz grundsätzlich gilt, wenn ihr mit detaillierten und expliziten Sexszenen nicht zurechtkommt, dann solltet ihr auch nicht zu diesen Büchern greifen. Ich persönlich habe irgendwie einen Unterschied, ob ich die auf Englisch oder auf Deutsch lese, also im Englischen kann ich das total gut lesen und das ist mir nicht unangenehm oder kommt mir blöd vor, wenn ich das Ganze auf Deutsch lese, dann wirkt das für mich schon sehr befremdlich, ich weiß nicht genau, woran das liegt, von daher, ich lese das Ganze auf Englisch, da machen mir die Szenen sogar Spaß und gehören für mich eben auch in dieses Genre dazu, also mir bringt das nichts, wenn sich die ganze Zeit da offensichtlich eine sexuelle Spannung aufbaut zwischen den beiden und in dem Moment, wo sie dann endlich in die Situation kommen, wird das einfach abgebügelt und man macht weiter wie bisher, also dann würde sich diese Spannung auch für mich gar nicht richtig abbauen, wenn da nicht dann auch wirklich eine ausführliche, körperliche Szene beschrieben würde, von daher, für mich passt das, aber ich kann auch total nachvollziehen, wenn Leser das generell ganz furchtbar finden und das am liebsten nicht lesen möchten, dann kann man es natürlich immer überblättern, ich kann jetzt gar nicht so einschätzen, wie viel man dann von dem Buch verliert und ob es dann überhaupt noch Sinn ergibt, das zu lesen, zumal ich eben auch glaube, dass es eben genau das Genre ist, entweder will ich davon lesen, dann greife ich zu dem Buch oder ich will es partout nicht lesen und dann ist, glaube ich, auch die ganze Reihe oder das ganze Buch nichts für einen, also das so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich hatte die Diskussion auch vor kurzem ganz oft auf Instagram, weil ich hatte in meinen Storys gepostet, dass ich Fourth Wing gelesen habe oder lesen möchte und dann eben auch gelesen habe und das ist ja auch ein Fantasy-Buch. Ich werde darüber in meinem Lesemonat Januar sprechen, weil ich habe Fourth Wing im Januar beendet und werde euch natürlich auch da nochmal berichten, was ich auch generell von dem Buch halte, aber jetzt so im direkten Vergleich war das halt tatsächlich irgendwie jugendlich. Also wenn ich versuchen würde, euch das zu erklären, ich habe mir tatsächlich die besagte Szene von Fourth Wing in meinem Kopf vorgestellt und visualisiert und am Ende konnte ich wirklich nur lachen, weil das einfach so unwahrscheinlich ist und so seltsam. Also das ist halt unfreiwillig komisch, sage ich jetzt mal und bei den expliziten Szenen aus dieser Black Dagger Brotherhood-Reihe würde ich sagen, ist das schon nicht realistisch, denn natürlich ist das der beste Sex, den die jemals hatten, obwohl die noch nie miteinander Sex hatten und eigentlich überhaupt nichts wissen über die Bedürfnisse des anderen, aber intuitiv wissen sie genau, was sie tun müssen und das ist einfach der beste Orgasmus und so weiter und so fort. Also realistisch kann man das auch nicht nennen, aber von dem, was beschrieben wird, ergibt es irgendwie mehr Sinn als das, was ich bei Fourth Wing gelesen habe und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was besser ist, das eine ist auf jeden Fall lustiger, aber vermutlich macht es gar keinen Sinn, dass ich jetzt versuche, das miteinander zu vergleichen oder euch zu erklären. Wahrscheinlich denkt ihr, euch auch schon so, oh mein Gott, das will ich alles niemals lesen, eben weil diese Szenen drin sind. Da könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, wie ihr zu solchen Sachen steht in Büchern, ist euch das immer lieber, wenn das ausgespart wird, lest ihr das gerne, lest ihr das gerne in bestimmten Genres oder ja, wie gesagt, eben pauschal überhaupt nicht. Um das ganze Thema jetzt endlich mal abzuschließen, schreibt mir gerne eure Empfehlungen in Bezug auf Vampirgeschichten in die Kommentare. Also wie gesagt, ich kann von Vampir nicht genug bekommen, ist mir auch völlig egal, welches Genre, ob das jetzt auch eine Liebesgeschichte ist oder eher was Actionreiches, ja, vielleicht nicht unbedingt Kinderjugend, also ich mag es schon gerne Erwachsene, aber wenn ihr da irgendwelche Tipps für mich habt, irgendwelche tollen Vampirgeschichten, die ihr total mochtet, wenn ihr vielleicht auch Vampirfans seid, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich bin da immer auf der Suche, ich kann davon einfach nicht genug bekommen. Und eigentlich müsste ich euch an der Stelle noch ein letztes Buch zeigen, das ich im Dezember gelesen habe. Das mache ich aber nicht, weil das einer der Titel ist, die ich mir aus dem Büchergildeprogramm für das erste Quartal 2024 ausgesucht habe. Und dieses Buch werde ich einfach mit den beiden anderen rezensieren. Ich denke, das Video kommt auch nächste Woche. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ihr werdet es früh genug mitbekommen. Das heißt, da werde ich euch wieder die drei Büchergildetitel rezensieren, die ich mir als Büchergildebotschafterin für das erste Quartal 2024 ausgesucht habe. Wenn ihr wissen wollt, welche Bücher ich da besprechen werde, könnt ihr mal auf Instagram vorbeischauen, und da habe ich das schon so ein bisschen angeteasert. Aber hier wird es natürlich die ausführlichen Rezensionen dazu geben und eben auch meine Empfehlung beziehungsweise eine Einschätzung davon, welches Buch ich euch ans Herz legen würde, für euren Quartalskauf zum Beispiel. Und damit würde ich jetzt sagen, ich habe, glaube ich, viel zu viel geredet. Ich habe auch das Gefühl, es war vollkommen unstrukturiert. Ich muss wirklich jetzt wieder ein bisschen Routine reinkriegen in meinen Videodreh, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mich da mal vor die Kamera setze, dann weiß ich nicht, wo hinten und vorne ist und fange einfach an loszuplappern. Ich hoffe, das wird sich in der nächsten Zeit wieder ein bisschen fangen und ich komme zurück zu meiner eigentlich ja doch sehr strukturierten Herangehensweise. Aber das war jetzt gefühlt, wie man so schön sagt, all over the place. Verzeiht mir bitte. Ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst mir gerne Feedback da. Habt ihr jetzt ein anderes Bild von mir, weil ich Vampir-Sex-Bücher lese oder passt das irgendwie ins Bild? Das würde mich auch interessieren. Und damit hoffe ich jetzt, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Abend hier auf dem Wanniers schaut und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.